Hey Leute, was geht? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin übertrieben aufgeregt, ich bin übertrieben nervös. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist unnormal geiles Wetter draußen, was die Sache noch geiler macht. Wie ihr wisst, ich hatte ja vor einer Woche Geburtstag. Und ich hole jetzt... Uh, was ist das denn? Das war bestimmt der Vater. Mein Vater ist wieder unterwegs. Und ich hole jetzt mein Geburtstagsgeschenk ab. Und ich freue mich so krass da drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich freue mich wie ein kleiner Junge. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer... Kommt einfach mit. Boah, ist das so geil. Oh. Unglaublich. Unglaublich. Und die Sonne scheint. Das ist so das i-Tüpfelchen. Ah, scheiße. Ich kann schon gar nicht mehr vernünftig fahren. Ich bin richtig... Ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem hart heute. Ja. Und auf jeden Fall hole ich jetzt mein Geburtstagsgeschenk ab und ihr seid dabei. Okay. Did it. Boom, boom, boom. 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 Ich bin so übertrieben glücklich. So, lassen wir den Ofen mal an. Bäm! Vielen Dank für dieses unglaublich geile Geburtstagsgeschenk. Ich darf den Wagen hier bis morgen Abend fahren. Es ist so, so geil, ey. Übertrieben. Ich würde mir wünschen, ich könnte euch alle 850 Abonnenten hier einmal mitnehmen, damit ihr das spürt, was in mir los ist, ey. Also wie geil das einfach ist. Ich glaube, jeder Typ, jeder Junge, jeder Mann, der das Video guckt, kann, glaube ich, nachvollziehen, warum ich so am Ausflippen bin und wieso ich so happy bin. So ein 911er Porsche fahren, ich glaube, das ist der Traum von jedem Mann. Also ich glaube, jeder träumt mal davon, mit einem 11er rumzufahren. Und ich bin gerade so glücklich. Das Wetter, ich meine, ey, geht's geiler? 911er Cabrio, Sonnenschein. 420 Turbo PS. Ich komme aus einem 80 PS Golf, Leute. Das ist hier gerade übertrieben. Entschuldigung, wenn ich so schreie, das Dach ist offen, nur damit ich das Gefühl habe, ihr hört auch alles. Das ist einfach Wahnsinn. Ich war jetzt die ganzen Wochen mit einem 80 PS Golf unterwegs und jetzt sitze ich in diesem 911er Carrera S mit 420 PS. Und ich bin komplett infiziert. Ich bin komplett infiziert. Von der Haptik, von dem Lenkrad, von dem Leder, von dem Geruch. Alleine schon, wie das Auto riecht, macht mich total nass. Der Motor, ich habe jetzt keinen Vergleich, ne? Also ich habe als Vergleichenden 80 PS Golf. Und dieser Motor, das geht hier drin nach vorne, das ist so brutal. Das macht so Bock. Das macht einfach nur Bock. Was soll ich sagen? Die Sonne scheint, ich sitze in einem 911er Cabrio Carrera S. Leute. Geil. Einfach geil. Ich hole jetzt meine Perle ab und genieße mit ihr den Tag. So nicht anders. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich bin so hart geflasht. Ich bin so glücklich. Das ist so ein krass cooles Geschenk auch einfach von meinen Freunden. Ja, unbeschreiblich und einfach unbeschreiblich. Und checkt mal die Aussicht. Ja, was soll ich noch sagen? Ich bin einfach happy gerade und sage ciao, bis morgen.